Hi, hier sind Robin und Chris von Prozac und wir gucken uns heute das Thema Hashcracking an. Wir gucken uns heute das Thema Hashcracking an und wollen so ein bisschen eingehen auf die Default-Password-Policy. Warum ist die jetzt nicht so super, was Sicherheit angeht, von der Stellenanzahl auch. Wir wollen uns dann angucken, was sind so die Hashcracking-Basics, weil mit Buzzword-Bingo kommen wir dann nicht weit. Das will uns der Robin dann mal erklären, was es da für verschiedene Methoden gibt und was sinnvoll ist und was nicht. Und heute in dem Video wollen wir uns auf jeden Fall mal Brute Force angucken, weil ich glaube, die meisten Menschen kennen Brute Force oder auf jeden Fall den Begriff. Und da wollen wir mal euch zeigen, wie man damit sinnvoll arbeiten kann und was man tun kann. Und dann für die Lösung wollen wir uns Fine-Grant-Password-Policy angucken, die ein bisschen granularer ist als Default-Password-Policy. Wenn euch jetzt nur die Lösung interessiert, dann könnt ihr unten die Kapitel nutzen, um euch nur die Lösung anzugucken. Ich gehe mal auf einen Domain-Controller und wir gucken uns mal einfach unsere Passwort-Lichtrichtlinie an, die wir hier im Lab haben. Wir sehen schon hier, minimale Kennwortlänge sind sieben Zeichen. Und wenn wir jetzt hier ein Hash bekommen zum Cracken, wo die Default-Password-Policy auf sieben Zeichen ist, ich denke, das ist keine Kunst mehr, so ein Zeichen zu Cracken. Was jetzt hier aber wichtig ist und warum wir da auch immer drauf rumreiten und es immer ein Thema ist, ist, ich kann hier natürlich die Zeichen hochschrauben, aber irgendwann ist jetzt hier vorbei bei Windows Domänen. Nach 14 Zeichen bringt er einfach auf 0 zurück. Das heißt, ich kann eine maximale Passwort-Länge in der Default-Domain-Policy festlegen von 14 Zeichen. Und auch das ist heutzutage kein Akt, wenn wir uns dann wirklich jetzt heute in dem Video Brute-Forcing angucken und dann auch in den kommenden Videos die anderen Methoden, weil wie schnell man da ein Passwort cracken kann, ist schon sehr erstaunlich. Und hier geht es auch wirklich erst mal nur um die reine Passwort-Policy und ich glaube, wir sind uns alle einig, dass es irgendwann genug ist, wenn wir den Nutzern einen bestimmten Anteil an Zeichen vorgeben müssen. Irgendwann ist genug, 25 Zeichen kennen wird. Zur Anmeldung am Windows kann sich keiner mehr merken. Da muss man dann technische Möglichkeiten finden, um es den Nutzern einfacher zu machen, nur dass sie Spaß haben. An IT-Sicherheit quasi. Gut. Das ist unsere Domäne, die ist so konfiguriert und wir wollen heute ja auch ein bisschen mit Passwort-Hashes arbeiten. Deswegen gehen wir mal davon aus, ich bin im Netzwerk, in einem Pentest, und ich finde Passwort-Hashes. Ganz einfach, wir haben es in den anderen Videos gezeigt, was den Männende Mittel angeht, über lokale Namensauflösungen. Irgendwann kommen wir an den lokalen Administrator und haben einen NT-Hash. Das heißt, um jetzt hier Domänen-Administrator zu sein, kann ich einfach den NT-Hash nehmen, wenn Ntlm aktiv ist in der Domäne, um mich am Domain-Controller zu authentifizieren. Und damit wir heute eine große Stange mal an Passwort-Hashes haben, machen wir hier einfach einen Domänen-Dump mit NTDS. Das ist jetzt auch hier der Schritt, wenn ich die Domäne kompromittiert habe, den NT-Hash gefunden habe vom Domänen-Administrator, dann mache ich das, weil somit habe ich jeden Passwort-Hash von jedem Nutzer in der Domäne und kann auch als jeder Nutzer arbeiten, um mich dann auch weiter in der Domäne fortzubewegen. Was jetzt aber uns abhält, wirklich jedes System zu kompromittieren, ist, dass wir immer nur noch Passwort-Hashes haben. Wir haben keine Passwörter im Klartext. Und deswegen ist dieses Passwort-Cracking halt so wichtig. Und ehe wir uns angucken, wie wir das wirklich machen können, jetzt diese NT-Hashes zu cracken, gucken wir uns erstmal an, was so die Grundlagen von Passwort-Cracking sind. Wie du vorhin schon gesagt hast, Brutforce ist nicht die einzige Methode zum Hash-Cracken. Es gibt auch noch viel mehr. Auch Rainbow-Tables, die Fleischmannschaft von euch schon mal gehört hat, sind nicht das Allerheilmittel. Wir können heutzutage auch noch weitaus bessere Methoden wie Wörterbücher, Regeln, Hybrideangriff oder Ähnliches anwenden. Und damit können wir viel besser und effizienter Hash- oder Passwörter cracken, als es früher möglich war. Okay, aber das machen wir ja noch mal in extra Videos. Ja. Okay, super. Wir haben hier verschiedene Methoden. Man beginnt meistens mit Hybridangriffen oder Regeln. Das sind einfach, dann nutze ich Wörterlisten, wie zum Beispiel die gute alte Rockio. Aber die nutzt man ja nicht mehr heutzutage. Doch, doch. Die Rockio ist persönlich eine meiner Lieblingslisten. Mit den passenden Regeln kann man leider immer noch sehr viele von den Nutzer-Passwörtern abdecken. Für mehr Passwörter braucht man dann zwar größere oder bessere Listen, aber die Rockio ist heute immer noch sinnvoll. Okay. Nach den regelbasierten Angriffen, den Hybridangriffen, die abgewandte Wörterbuchangriffe sind, fängt man mit Masken an. Masken sind einfach vereinfachtes Brutforcing. Es geht schneller, aber es dauert schon wesentlich länger als die beiden. Gucken wir uns Masken heute auch an? Ja. Super. Masken und Brutforcing sind das heutige Thema. Und dann kommt am Schluss der klassische Brutforce. Den kann man am besten mit dem Zahlenschloss erklären. Jeder hat schon mal probiert, ein Zahlenschloss zu knacken. Aber wenn man den Finish kennt, muss man alle Kombinationen durchprobieren. Okay. Und hier ist ja fest, also bei dem Beispiel von dem Zahlenschloss, das hat eine gewisse Anzahl an Reglern. Und ich muss halt an jedem Regler jede Position probieren. Genau. Und wenn wir jetzt von der Password-Policy ausgehen, die wir haben, sind quasi sieben Stellen mindestens, die wir haben müssen. Und jetzt müssen wir alles, jedes Zeichen, jeden Buchstaben an jeder Position probieren. Genau. Und das macht es dann uneffektiv quasi. Okay. Das ist auch das Problem, was wir bei Brutforcingriffen haben. Okay. Hier das sind Masken. Die werden jetzt für die meisten Leute wie unverständliche Zeichenketten aussehen. Ja. Aber da steckt eine gewisse Ordnung dahinter. Man kann mit diesen Masken einfach Passwörter, Wörter oder Sätze nachbauen. Das Fragezeichen U steht für Uppercase, also für Großbuchstaben. Das Fragezeichen L für Lowercase, also kleine Buchstaben. Das Fragezeichen D für Digits, Zahlen. Und Fragezeichen S für Sonderzeichen. Okay. Und anstatt jetzt an jeder Position jedes Zeichen zu probieren, gehen wir einfach davon aus, was für Passwörter nutzt ein Mensch standardmäßig? Am meisten Passwörter fangen mit Großbuchstaben an, sind Kleinbuchstaben, dann kommen Zahlen und Sonderzeichen. Genau. Und dadurch werden dann Brutforcer-Attacken effektiver. Genau, das ist das Verfahren. Okay. Damit können wir halt schon mal eingrenzen, wo wir sein wollen. Eine andere coole Methode ist, ich habe mein Passwort vergessen. Jetzt weiß ich nur noch zwei, aber ich weiß, dass die letzten beiden Buchstaben eine Zahl oder die letzten beiden Zeichen eine Zahl waren. Aber ich weiß nicht mehr genau, welche Zahl es waren. Also bauen wir einfach aus den Masken. Wir schreiben das Passwort auf und setzen die letzten beiden Fehlstellen einfach mit zwei, zweimal Fragezeichen Digit. Okay. Damit können wir das dann viel schneller cracken, als wir sonst mit einem Brutforcer machen würden, wo man jede Kombination auch die richtige nochmal durchtesten müsste. Okay. Hier, das sind diese Masken. Da sieht man das Ganze auch nochmal. Wir haben jetzt hier das typische Passwort Sommer 21 in den Masken codiert dargestellt. Dadurch haben wir eine wesentlich größere Geschwindigkeit und können viel effizienter das Passwort cracken. Okay, aber am Ende des Tages nutzt ja jetzt nicht jeder Sommer 21. Das ist ja auch noch Winter, Herbst sind ja nicht immer gleich lange Worte. Das heißt, es ist jetzt nicht so, dass du einen Passwort-Hash hast und du machst einen Brutforcer-Angriff und dann ist es vorbei. Genau. Du musst ja dann wirklich mehrere verschiedene Masken durchprobieren. Genau. Diese Masken kann man nämlich auch in Dateien schreiben. Man kann sich Listen generieren mit mehreren hundert Masken und damit kann man dann die Top 100 der typischsten Passwörter durchprobieren. Das ist eine sehr interessante Angriffsmethode und damit kommt man auch zu erfolgen. Dauert halt, weil es Masken sind natürlich ein bisschen länger als zum Beispiel das weiter Buch. Gut, dann gucken wir uns mal an, wie das Ganze auf der Konsole aussieht. Ich habe euch ja vorhin gezeigt, wie man NTDS-Dump macht, sodass wir die ganze Domäne mit den Passwort-Hashes der Nutzer bekommen. Die haben wir jetzt hier auf der Kiste drauf und jetzt wollen wir das mal mit einem Brutforce machen. Wie kriegen wir das jetzt hin, dass das hier gebrutforced wird? Dafür nutzen wir Hashcat. Hashcat ist ein Programm, mit dem man ein Passwort cracken kann und mit verschiedenen Angriffen. Ich zeige jetzt mal, wie man das hier mit dem klassischen Brutforce machen würde. Man ruft dazu Hashcat auf der Kommandozeile auf, tippt den Parameter minus A3. A3 steht für Brutforce ein. Es gibt auch noch andere Parameter. Dann für unseren Hash in dem Fall M1000. 1000 steht für NTLM-Hashes. Okay, wenn wir jetzt, wie in den anderen Videos, die Männende Mittelangriffe fahren, kriegen wir keine NT-Hashes, das sind ja NTLM-V2-Hashes. Genau. Und ist das jetzt leichter zu knacken oder schwerer zu knacken als NTLM-V2-Hashes? Die sind wesentlich schwerer zu knacken. Ich kann auch gerade mal die Geschwindigkeitsunterschied zeigen. Ich spiele das gerade mal in den Benchmarken-Modus. Bei NTLM wären wir im Bereich von ca. 200 Giga-Hash. Jetzt mit unserer Maschine. Ja. Okay, und jetzt im Vergleich mit NTLM-V2? Bei NTLM-V2 wären wir dann im Bereich von gerade mal 7 Giga-Hash oder 7000 Mega-Hash, was zu den fast 200 Giga-Hash bei NTLM ein extremer Unterschied in der Geschwindigkeit ist. Okay. Gut, ich muss aber immer, wenn ich Passwort-Hashes habe, in einem Fall zum Beispiel, muss ich immer den passenden Mode angeben, dass der weiß, was für ein Passwort-Hash soll er jetzt knacken. Ja, und jetzt auch unser Beispiel beim NTDS-Dump. Wir rufen Hashcat im passenden Modus auf. Minus A3. Minus M1000. Minus O für Optimize, damit er auch die möglichst besten Geschwindigkeiten nutzt. Und dann geben wir die Hash-File an, also unseren NTDS-Dump. Und jetzt können wir feiern? Ja. Jetzt könnten wir theoretisch ab. Und dann schreiben wir noch eine Maske auf genau 8 Zeichen. Kommst du noch klar? Jetzt. Gut, wir nehmen jetzt aber hier, also wenn wir den jetzt ohne eine Maske starten würden, wird er quasi alle von Passwort-Länge 1 bis Passwort-Länge, weiß ich jetzt nicht, testen. Okay, aber wir testen jetzt einfach mal, wie lange es dauern würde, den Keyspace von 8 Zeichen zu testen, indem wir jetzt einfach alles testen. Also Großbuchstaben, Kleinbuchstaben, Zahlen, Sonderzeichen. Genau, jetzt gebe ich nochmal Feuer. Gucken wir mal, wie lange der braucht. Und was er sagt. Genau, hier Hashcat würde jetzt ca. 23 Stunden benötigen bei unserer Rechenleistung. Hätte man mehr Leistung, könnte es noch schneller gehen. Okay. Jedoch muss man immer beachten, die Leistung aus dem Benchmark kann niemals, wirklich niemals genauso in der realistischen Angriffe oder Meshbreaking rübergebracht werden. Benchmarks sind dann halt hypothetische, optimierte Szenarien da und in der Realität hat man meistens nur die Hälfte oder ein Viertel der Leistung. Okay, aber wenn wir jetzt das anwenden, was wir gelernt haben, wir nehmen jetzt nicht die Standard-Maske, indem er alles testet, sondern wir gehen jetzt mal ganz vorhin auch schon Sommer 22 aus und schreiben eine Maske dafür. Wie lange wird er hier brauchen? Hier war es jetzt knapp ein Tag, wenn wir alles durchtesten im Keyspace. Dann machen wir jetzt mal wirklich ein Großbuchstaben für ein S, dann ein O, ein M, M, E, R und zwei Digits. Ja, das wäre jetzt die typische Maske für Sommer 21, Sommer 22 oder weitere Zahlenkombinationen nach dem Schema. Und dadurch reduzieren wir den Keyspace enorm und brauchen jetzt zum Beispiel auch noch wenige Sekunden. Das war jetzt schon fertig? Genau. Das heißt, wäre jetzt ein Passwort drin gewesen in dem File, dann das war schon. Gut, dann haben wir so ein Passwort nicht drin. Was ich aber weiß, also wir haben keinen Sommer 22, Sommer 21 drin, aber es gibt in der Domäne einen Nutzer, der hat Passwort Sommer 20 21 Ausrufezeichen. Das wären jetzt zehn Zeichen. Wenn wir das jetzt mal umschreiben, es müssten ja dann vier Ds sein und ein Special Character. Das wäre dann hier diese Maske und die würde dann etwas länger dauern, weil sie halt wesentlich größer ist. Aber im Vergleich zum Boot, wo wir schon bei acht Zeichen bei circa einem Tag sind, ist das ganze zeitlich immer noch vertretbar. Genau, wir würden es circa in einer halben Stunde hinbekommen. damit kann man leben bei elf Zeichen Passwortlänge. Wir sehen also einfach, Masken sind eine große Erleichterung. Wir können einfach bei Passwörtern, wo wir teilweise das Passwort schon kennen oder eine grobe Vorstellung haben, wie das Passwort aussehen muss, können wir dann einfach mit wesentlich geringerem Aufwand das Passwort knacken, cracken. Aber es ist ja trotzdem dann denke ich schon extrem länger, weil wenn ich mir jetzt vorstelle, wir würden mit einem Wörterbuch rangehen. Ich meine, in der deutschen Wörterbuchliste wäre Sommer, Winter mit einer Jahrestalenten dran ja denke ich recht schnell zu finden. Genau. Im Vergleich zu Bootforce. Und wir befinden uns ja gerade hier bei zehn Zeichen, elf Zeichen Passwort und gerade die Empfehlungen aus dem Pentest sind immer da längere Passwörter zu nutzen, zwölf bis 15 Zeichen. Also ist Bootforce doch nicht so effektiv. Okay, aber cool, dass das so einfach geht. Und jetzt weiß ich auch, wie das mit den Masken funktioniert. Was ich euch jetzt noch zeigen will, sind die Fine-Grain-Passwort-Policies, sodass wir granularer einfach je nach Personengruppe in der Domäne Passwortrichtlinien festlegen können, die dann über die Default-Passwort-Policy hinausgehen. Was wir meistens in den Pentests finden, sind immer Default-Passwort-Policies, die vielleicht für einen Standardbenutzer in der Domäne ausreichen, aber gerade für administrative Accounts für privilegierte Nutzer auf keinen Fall ausreichen. Und deswegen ist das auch immer ein Diskussionsthema und ist auch gut, dass darüber diskutiert wird, über das Thema Passwort-Policy. Und es geht uns gerade um die administrativen Accounts, um die privilegierten Accounts, weil hier könnte ich vielleicht auch einen Passwort-Manager einsetzen, weil mit den Accounts arbeite ich nur oder sollte ich nur arbeiten, wenn ich auch wirklich privilegierte Tätigkeiten ausführe. Also ein normaler Admin braucht ein normales Konto wie ein normaler Nutzer, also ohne Privilegien. Er hat aber auch die Möglichkeit, wenn er jetzt etwas administrieren muss, seinen privilegierten Nutzer zu nehmen und hier könnte man auch dann das Passwort, was komplex ist, aus dem Passwort-Manager holen. Und das möchte ich euch jetzt mal zeigen, wie man das mit Fine-Grant-Passwort-Policies einstellen kann. Wenn wir jetzt in die Domäne gucken, habe ich jetzt hier mal eine UU-Gruppe angelegt und habe hier eine Gruppe mit PSO angelegt, also Passwort-Setting-Objects und habe jetzt hier mal einfach zwei Gruppen genommen. Das ist jetzt Open-End. In der PSO-Admins-Gruppe sind unsere Admins drin, für die wir eine extra Passwort-Policy schreiben können. Genauso dann für unsere User mit einer extra Passwort-Policy oder für Management, was auch immer ihr wollt. Also das kann man hier auch so wie das Turing-Konzept feingranular beschreiben, welche Passwörter darf ein T2-Admin nutzen, T1-Admin, T0-Admin. Dafür ist das da. Das sind die Vorarbeit, die wir in den Gruppen brauchen in der Domäne. Und wenn wir dann in das Active Directory Verwaltungscenter gehen, müssen wir hier links in die Domäne gehen, auf System und dann hier auf Passwort-Settings-Container. Und hier haben wir zwei Passwort-Settings-Container, die wir angelegt haben. Wir haben hier die PSO-Admins-Group. Und das Wichtige, was ich hier setzen kann, ist, ich kann die minimale Kennwort-Länge erzwingen. Das heißt, für einen Administrator, der in dieser Gruppe ist, wird das erzwungen, dass das Passwort nicht unter 16 Zeichen sein kann und er hat eine Kennwort-Chronik von 24. Und das kann ich hier alles feingranular einstellen und hier unten auf diese Gruppe anwenden. Genau dasselbe kann ich dann hier machen. Mit den PSO-Users kann ich jetzt sagen, minimale Kennwort-Länge sind 12 Zeichen, also nicht mehr so restriktiv wie bei den Administratoren und eine Kennwort-Chronik von 24. Und das kann ich hier einfach feingranular machen, sodass je nachdem, welche Berechtigung der Nutzer hat, ich dem eine passende Passwort-Policy geben kann. Und gerade wenn es nicht darum geht, dass ich mich irgendwo anmelde an einem System, also ich komme zu einem System und muss das Passwort jetzt im Kopf haben, ich kann keinen Passwort-Manager nutzen, ist das hier halt gut. Wir gehen also immer davon aus, wir haben einen normalen Nutzer, der mit normalen Nutzerberechtigung arbeitet und der hat die Möglichkeiten, einen Passwort-Tresor beispielsweise zu nutzen, einen Passwort-Manager, dann kann ich dem auch so eine komplexe Richtlinie geben und das Wichtige ist auch wirklich, dass auch gerade bei administrativen Accounts die Passwörter auch erneuert werden und nicht Ewigkeiten laufen. Gut, dann ist das heute auch alles, was wir euch zeigen wollten, aber das Thema Hash-Cragging ist noch nicht vorbei und das Thema Passwort-Policy auch nicht, weil das, was wir hier brauchen, sind wirklich technische Lösungen, um das Arbeiten zu vereinfachen, aber auch ein sicheres Arbeiten mit Kennwörtern zu haben. Ich bin gespannt auf das nächste Video, wenn wir dazu kommen, dass wir uns Wörterbücher und Regeln angucken. Ansonsten bis dahin, macht's gut. Falls ihr Kommentare habt oder Verbesserungsvorschläge, schreibt sie unter das Video und ansonsten liken und subscriben. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020